Hallo zusammen, ich bin Sandra. Diesmal nicht aus dem Magikor Studio, sondern aus meinem Wohnzimmer. Wir alle sind dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben und tun das auch. Daher können wir leider keine neuen Challenge-Videos momentan für euch produzieren. Wir haben aber eine passende Playlist für euch zusammengestellt mit leckeren Rezepten, aber auch tollen Challenge-Videos für euch fürs Homeoffice. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem sind wir auch weiterhin auf Instagram mit tollem Content für euch da. Bevor ich es vergesse, aktiviert unbedingt das Glöckchen, damit ihr nicht verpasst, wenn es bei uns auf dem Kanal wieder losgeht. Bis dahin, bleibt gesund, eure Sandra.